So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon GO. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Heute ist Montag, das heißt heute ist eigentlich eine Folge Max Out Monday dran, wo wir wieder ein paar Pokémon auf Level 50 ziehen. Gleichzeitig möchte ich jetzt aber auch mal das Halloween-Ausbeute-Video machen. Das Halloween-Event ist zwar noch nicht zu Ende, aber letztens hatte ich schon Teil 1 abgeschlossen. Jetzt kann ich theoretisch Teil 2 auch abschließen, was ich da alles habe. Und warum ich das jetzt abschließe, das zeige ich euch gleich. Das war ja ein bisschen leiser. Das ist nämlich viel zu laut. So, was gab es denn alles Feines? Was haben wir denn alles Schönes bekommen? Was waren die neuen Shinies, die man bekommen konnte? Natürlich zuallererst Pikachu. Pikachu gibt es ja theoretisch jedes Mal. Ja, also immer neues Event, neues Pikachu mit Hut, neues Pikachu mit Kostüm. Gerade zu Halloween ist das ein Muss, ist immer dabei. Wir haben ja also einen Halloween-Pikachu als Shiny bekommen mit diesem lustigen Zylinder, den er da auf hat. Keine Ahnung, was das hier überhaupt. Eine Schleife hat er auch noch. Und theoretisch könnten wir ganz heimlich, still und leise davon mal eins verlosen, oder? Für heute Abend. Wir haben schon ein bisschen länger keine Verlosung mehr gehabt. Wir machen einfach fix eine Verlosung noch mit bei. Wer das jetzt sieht, der kann da abstauben. Und wer nicht, der hat halt Pech. Ich schreibe da auch extra jetzt nicht Ihr Gewinnspiel an das Video mit ran. Das ist jetzt wirklich für die hardcore-aktiven Zuschauer. Habt ihr ein Pikachu bekommen während des Halloween-Events? Ja oder nein? Schreibt es mal in die Kommentare. Wenn nicht, wollt ihr eins gewinnen? Dann macht mal einen Kommentar unter das Video, wo ihr natürlich wie immer euren Trainer-Code, euren Trainer-Namen reinschreibt und den Hashtag einfach Pikachu. Ihr seht ja, wie Pikachu geschrieben wird. Ja, macht einfach Hashtag davor. Einfach Hashtag Pikachu plus Trainer-Name Trainer-Code. Wenn das in eurem Kommentar enthalten ist, könnt ihr mitmachen. Und heute Abend, 21 Uhr, werden wir das auflösen. Ihr könnt natürlich auch angeben, ob ihr einen Pikachu eben bekommen habt, ob ihr noch keins bekommen habt, welche Pikachu's euch noch fehlen in eurer Sammlung. Generell, was ihr jetzt am Halloween-Event gesucht habt und was ihr alles gefunden habt. Pikachu ist also am Start. Plympha war auch eins der Pokémon, die man bekommen konnte. Sehen wir hier mal, Plympha auch dabei, auch als Shiny. Auch natürlich mit dieser Kürbiskrone oder was das da auf hat. Machen wir da auch eins verlosen, falls jemand keins bekommen hat. Ist ja immerhin ein C-Day-Pokémon. Komm, wir hauen auch noch ein Plympha raus. Das heißt, ihr könnt auch einen zweiten Hashtag in euren Kommentar einfügen. Und zwar Hashtag Plympha. Machen wir das so. Wir hauen einen Pikachu raus und wir hauen einen Plympha raus. Wer nur Hashtag Pikachu hat, der hat dann nur die Chance auf Pikachu. Wer Hashtag Pikachu und Hashtag Plympha beides in dem Kommentar hat, der kann sogar einen Plympha mitnehmen. Im Endeffekt habe ich so viel von dem Zeug, ich könnte wahrscheinlich sogar drei Stück raushauen. Nö, dann hätte ich keins mehr, sehe ich gerade. Gut, das geht nicht. Gucke ich mir mal an. Einmal für jeden müsste schon drin sein. Was haben wir als nächstes? Es gab Drift Zeppli. Drift Zeppli gab es ja aus Feldforschungen. Drift Zeppli gab es aus Raids. Das ist auch aus einem Raid gekommen. Ich habe wieder mit den kleinen Accounts geradet. Das mache ich ja eigentlich immer so. Der Große bedient eigentlich nur die Fünfer Raids, die legendären Raids. Oder halt, da ist ja mysteriös. Die kleinen Accounts, die sitzen immer gemütlich in den Arenen, sammeln Coins, dass sie genau zu solchen Events zum Einsatz kommen und dann Einer- oder Dreier-Raids machen, wenn es ein neues Scheinig gibt mit Kostüm. So muss ich auch keinen Cent ausgeben für diese ganzen komischen Hut-Pokémon und habe die dann theoretisch mit etwas Glück auch auf dem Main. Dafür gibt es ja auch die Tauschfunktion. Ja, Adi, das war dein Ohr. Drift Zeppli hat leider hier keine Vorentwicklung. Ja, das 100er gab es ja auch vom Robert 100er aus einem Raider-Halden, als er mich eingeladen hat. Und was neu war, war zum Beispiel Weberack. Weberack muss ich jetzt aber mal schauen. 2, 347, 497 Weberack. Das müsste das höchste Weberack sein, was wir haben. Weberack als neues Scheinig eingeführt. Gibt es natürlich auch nach dem Halloween-Event weiter. Jedes Weberack, was ihr seht, kann ein Scheinig Weberack sein. Das werden wir jetzt auch direkt mal entwickeln zu Ariados. Ja, Adi, zu Ariados. Adi. Ich habe Angst, dass er wieder hier irgendwo drauf drückt. Letztens hat er nämlich einfach die Aufnahme beendet. Dann konnte ich alles neu machen, beziehungsweise konnte ich auch nicht, weil ich kann ja die Sachen nicht neu entwickeln. Ariados, hier also auch am Start in diesem komischen Rosa mit drin. Okay. Lassen wir so, nehmen wir mal mit. Was gab es noch? Gab es Scheinuchs wieder? Ich weiß es nicht. Scheinuchs ist ja der nächste C-Day, der angekündigt ist. Scheinuchs habe ich hier mit Hut natürlich als Dings. Dann habe ich hier, die Familie ist auch voll. Keine Ahnung, viel zu viel Scheinuchs. Jetzt wird es eh C-Day werden, da das eh kein Wert mehr. Nur noch das mit dem Hut hat theoretisch einen Wert, weil das halt zu einem bestimmten Zeitraum erhältlich ist und eben nicht beim C-Day auftaucht. Sonst großartig an Scheinies müsste es das eigentlich gewesen sein. Und wir kommen noch zu den zwei speziellen neuen Pokémon, die wir haben. Wir haben nämlich Paragoni. Paragoni und Irbis, 963, 931. Das ist das Höhere, das kleine Lassmaso. Ihr seht, kann man natürlich entwickeln, wenn man es tauscht. Die sind nicht getauscht, die sind so gefangen. Oder mit 200 Bombobs. Wir nehmen jetzt einfach mal das hier. Wir werden das hier entwickeln. Auf 2194. Das ist ein Hunderter. Das andere ist auch ein Hunderter. Ich versuche immer zu den Events, gerade wenn neue Sachen reinkommen, die als Hunderterfamilie auf die Hand zu bekommen. Und dann fürs Video zu entwickeln. Ich musste das jetzt leider schon vorher mal entwickeln. Eben auch für die Lucky-Sachen. Das war das Problem. Kann ich euch hier mal zeigen. Im Pogedex. Das ist also auch eingetragen als männlich, als weiblich, als Lucky. Das ist ja das Ziel, was ich immer habe. Das Problem ist, dass ich bei Irbis ein Lucky bekommen habe. Danke an Hannes und danke an Lennart, die mir da geholfen haben. Habe das aber aus Versehen verschickt. Bevor ich es entwickelt habe. Und so ist da noch eine Lücke gewesen. Das soll jetzt nicht passieren. Und weil das ja hier auch Max Out Monday ist, werden wir einfach mal dieses Tromborg nehmen. und werden das komplett Maxen für 400.000 Staub hochziehen auf 2.893. Ob das so schlau ist, weiß ich nicht. Was macht man damit? Wo findet das seine Anwendung? Das könnt ihr mir bestimmt sagen. Sieht auf jeden Fall genial aus. Hört ihr den, ja? Ein komischer, böser, alter Geist-Pflanzen-Baum. So, Tromborg. Lass mal so auch drin. Und nehmen wir uns jetzt noch Irbis. Irbis habe ich? Wieso habe ich da 3? Jetzt bin ich mal bei Irbis, bin ich, blicke ich gar nicht durch. Durch die verschiedenen Größen, die es gibt. Das seht ihr auch hier im Pokédex. Ihr habt Größe M, M, S, M, L, XL. Männlich, weiblich. Alles Lucky. Hier nochmal dabei. Ich finde ja eigentlich, dass der Größte am besten aussieht. Also der, der sieht richtig genial aus. Weil der richtig fett ist. So einen wollte ich unbedingt als Hunderter. Während so einer als Hunderter halt einfach nur richtig billig aussieht, ja? Problem ist, die kommen, glaube ich, auch sogar auf unterschiedliche WP. Auch wenn die dieselben IV haben. Wir können ja mal kurz gucken, wenn wir so einen hochziehen würden. Der käme auf 14,14. Und der kleinere käme auf 14,06. Und der ganz kleine auf 13,59. Ihr seht, obwohl das alles 100%ige sind. Und die dann alle auf dem gleichen Level wären, erreichen die trotzdem unterschiedliche WP. Das heißt, uns bleibt nichts anderes übrig, damit wir das Maximum rausholen, dass wir nicht den kleinen und nicht den mittleren entwickeln. Wir müssen den großen entwickeln. Und maxen. Das heißt, diesen werden wir zuerst einfach mal maxen, dass der auf Level 50 ist und werden ihn dann nachentwickeln. Kostet auch wieder 200 Staub. Einfach einmal so hier. Kommen dann auf 2976. Ist der in der Entwicklung auch unterschiedlich groß? Ich habe noch gar nicht drauf geachtet. Ich will es hoffen. Nicht, dass das egal wäre und ich hätte auch den kleinen entwickeln können. Der müsste aber hoch in den WP-Bogen reingehen, oder? Ja. Der ist natürlich fett und groß. Der bedeckt die Neuen, wenn er ruhig stehen bleibt. Pump Gin Rasierblatt Samenbomben. Auch jetzt auf Level 50. Sieht auf jeden Fall total komisch aus. Macht auch komische Geräusche. Ja, okay. Lassen wir es so. Der ist 100, der ist 100, der ist 100 dabei. Und dann habe ich noch etwas ganz Besonderes. Und zwar suchen wir uns noch Lichtl zum Abschluss. Weil das auch ein Eventspawn ist, der jetzt die ganze Zeit auftritt. Und ich habe hier einen Scalabra drin. Und das ist auch schon Best Buddy. Das ist eigentlich ein richtig starker Geistangreifer. Auch ein richtig starker Feuerangreifer. Und den möchte ich jetzt auch hochziehen. Der ist auf Level 40. Wir wollen ihn auch auf Level 50 machen. Hauen hier noch 286 XL Bonbons drauf. Und pushen den auf 3.695. Feuerwirbel-Hitzekoller. Lohnt sich da jetzt. Gleich noch eine zweite Ladeattacke. Komm, hauen wir auch noch drauf. Der kann bestimmt noch Spukball lernen oder irgendwas. Spukball jetzt auch drauf. Und jetzt könnt ihr immer anpassen, je nachdem was ihr nutzt. Ob ihr den als Geist oder als Feuerangreifer nehmt. Tut ihr halt den Quick Move einfach abändern. Sein Aufkleber hat er schon auf dem Kopf. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Und das ist eigentlich alles für jetzt. Laternecto ist auch so ein Fall. Wurde auch nachgefragt, ob wir nicht Laternecto-Rates machen können. Ich habe den Sinn nicht ganz erkannt. Aber nachdem ich gemerkt habe, dass bei Driftzeppli-Rates gar kein Bedarf da ist von eurer Seite aus. Werde ich wahrscheinlich morgen am Dienstag während der Rampenlichtstunde einfach Laternecto-Rates anbieten. Und wer Laternecto raiden möchte, ist halt da. Wer nicht, ist halt nicht da. Kann man ja trotzdem XL-Bonbons sammeln. Kann man generell Bonbons sammeln. Kann man ein gutes Laternecto mit gutem IV aus dem Raid ziehen. Und ich würde sagen, Adi verabschiedet schon mal die Sendung. Den müssen wir auch noch hochziehen auf Level 50. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr alles bekommen, was ihr wolltet? Schreibt es mal in die Kommentare. Was fehlt euch noch? Und wie findet ihr die neuen Pokémon? Und wenn ihr mitmachen wollt beim Gewinnspiel heute Abend, 21 Uhr ist die Auflösung. Einfach Hashtag Pikachu und Hashtag Plinfa in euren Kommentar einfügen. Den ihr unter das Video schreibt und zusätzlich auch euren Trainer-Namen und Trainer-Code. Wer das beachtet, kann heute Abend dann eins ziehen. So, das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Das alles ohne Husten, ne? So, das war es von meiner Seite aus.